Nach Süden also. Das ist unsere nächste Aufgabe. Ich muss den Soundbein ein bisschen leiser drin sein. Mal gucken. Ups. Ich mein, die Fähigkeit ist schon schön. Aus der Entfernung Gegner zu besiegen. Kein Carry, kein Carry. Doch geh vorbei. Das ist im Süden. Toll, kann ich nicht besiegen. Warum kann ich die Dinger nicht besiegen? Ach du Kacke. Nice, Level Up. Wieder mal für Dura. Okay, für Dura in dem Moment. Ja, Level Up. Ich würde dieses Mal... Ich mach mal Wisdom, ohne Quatsch. Ich mach mal Wisdom hoch. Ich bin mir nämlich nicht... Ich kann auch sagen, dass Wisdom dafür sorgt, dass ich mir MP... Ich glaube wohl. LOL. Wie viele Truhen, ey. Die mich verarschen. Wie viele rumliegt. Können die Zombies mal bitte verschwinden? Die mag ich da nicht. Nee, die sollen bitte verschwinden. Die spawnen mal. Ich muss sowieso mal eben anders ausrüsten. Wahrscheinlich... Nein, nicht Ask. Na gut, dann heil mich halt. Dankeschön. Equip. Sichel. Danke. Nein, wenigstens nicht bei mir. Danke. Ist der hier bitte? Ah, IC Equip. Chain, bitte ich doch drum. Warum kann der durch die Wand buggen? Ich mich einfach rüber ziehen kann und sie nicht. Hehehe. Aber das ist interessant. Ach, jetzt sind wir hier. Ach, guck mal an. Wir sind hier bei dem... Wir sind hier wieder bei dem Schloss. Okay. Scheint gar nicht so groß zu sein, die Map. Aua. Oh, soft. Oh. Boah. Hinterhältige Biester. Heil mich mal. Danke. Okay, geht's nicht weiter. Die Bienen sind gemein. So geil, er hat ne Krabbe. Gibt's da eigentlich... Warte mal, ich kann ja auf die Map gucken. Warte mal, guck mal. Lol, das ist die Welt Map. Ach du Schande. Oh Gott. Wird das Let's Play doch länger als ich erwartet hatte? Boah. Schmeißt er mit Steinen nach mir oder was? Okay, Items. Ähm. Pillow weg. Cure weg. Cure weg. Bronze müssen wir behalten. Der Dreier-Key kann weg. So. Faunen Nektar. Okay. Aua. Boah. Meine Güte. Hilft er mich hier an? Mach mal. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Wo geht's denn da lang? Ah, da bekommen wir wahrscheinlich irgendwann ein Floß. Welcome to Vandal, the sacred town. Ist das nicht schön? Nein, nicht wirklich. Hello again. How have you been? Ach, das ist er. Nice. I hear that the tree of mana is very beautiful. Hm. Der interessiert uns aber alle nicht. Ich weiß auch nicht, was wir hier machen sollen. Wahrscheinlich müssen wir da hoch. The waterfalls make all of our rivers flow. The water springs from the root of the tree of mana. Meine Supporting dürfen ja auch in nature. Was bist du? Ach, ich dachte, das wäre ein Hase. Kibbers in hier. Oh, ein Waffenladen. Und jetzt nicht. Hello, Cell. Ähm, ein Key weg. Cell. Könnte ich hier mal neu auswählen? Das ist ja Quatsch. Key, Key, Bronze. Ah. Bye, was hast du denn? Nice, nice, nice. 3.963 Gold habe ich. Okay, ich würde sagen Iron. Das Iron. Und das hier. Ja. Equip. Würde ich mal sagen. Iron. Ja, ist besser. Das Iron. Boah, das ist nicht nice. Und das Iron. Das habe ich aber schon. Okay. Können wir die anderen Sachen verkaufen. Bronze kann weg. Das Bronze kann weg. Das Iron kann weg. Das Bronze kann weg. Und dieses. Obwohl das behalten wir immer einfach. Weil wir es können. Okay. Neu ausgerüstet geht es weiter. Das ist auch noch jemand. Guten Tag. Kibber ist ein Sage. Er ist ein großer Warrior. Giraffe. Cave ist in der West. Hallo Typie. Eyedrop. Nein. Key Matter. Kaufen wir auf jeden Fall nochmal. Und weil ich unsicher bin. Lieber nochmal. Gut. Das reicht schon. Lol. Jetzt habe ich mich geheilt. Das war dumm. Egal. Gut. Anscheinend. Wir müssen jetzt nach oben. Und dann irgendwo in den Westen. Wahrscheinlich mit einem Floß oder so weit. Was wir hier kriegen werden. Können wir vorstellen. Szenario. Ganz frühe Szenario. Ich bin Kibber. Bogart hat mir über dich erzählt. Oh, ja. Es ist sicher ein Symbol der Mana. Step forward. You'll see what you must see. Hm? Und was sehen wir jetzt? Zum Geier. Eine Frau. Duri, my dear. Mom. 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 That lady. She is the one who encouraged us. Encouraged us. I must tell you now, Duri. You and I are the members of the Mana family. We are the seeds of the Mana tree. We must guard it. When Dole abused the power of Mana a long time ago, so I sealed the waterfalls with that pendant, so that nobody came come close to the Mana tree. But again, Glaive is trying to use it for evil. Guard the Mana tree with the Gemma Knights. Mother's figure disappeared. Mom. Gleif is attacking us. What? I will take you to a safe place. Thank you. Where did he take her? I will check. He attacked me from behind. Moment. Warum sagt mir keiner Bescheid, wo er sie hingebracht hat? Pogo-Pushels sind das, glaube ich, oder? Was soll denn das? Found Candy. 1 2 4 5 5 2 3 4 5 5 6 Deswegen werden sie auch so schwach sein hier, also nicht unendliches Training. Geh mal davon aus, dass sie dir in die Gnarfhöhle gebracht hat, die im Westen ist. Howdy, wanna stay? Oh, eigentlich wollte ich nicht. Na gut. Schlecht, wie werden die angegriffen? Ich rufe mich erst mal aus. Ach da! Duri, hä? Oh nein, oh nein. Julius, why, you helped me once before. I was not sure if she was the right girl, or not, until I saw what happened inside there. I was waiting for this chance to get her. And now, claves have her in our hands. Duri! Duri! You have no chance against me, my dear. Toll. Duri! Toll gemacht, Held! Toll gemacht! Duri! 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 Wir erhöhen wieder unsere Power. Yes! Damit wir schön kräftig werden. Also wir müssen auf jeden Fall hier durch. Und ich kann die doch irgendwie, kriege ich die Dinger doch auch kaputt oder nicht? Mit der Axt oder was? Ja, siehste, easy peasy. Äh, equip... Chain. Oh, oh! Geh weg, geh weg, schnell weg! Ein dickes Schwein! Und mehr Bienen! Oh, voll gedasht! Da hat er mich... Okay, da komm ich auch rüber. Ah, das scheint die Nervhöhle zu sein oder sowas. Was ist da oben? Noch eine Höhle! Na super, gehen wir erstmal in die... Geier! Wow, don't walk in my mouth! Oh juck! Oh juck! Aua! Oh, Alter! Komm ab! Das hat der Typ hier halt einfach mal geredet. Oh Mist, ich hätte wahrscheinlich da rein gemusst. Könnte sein... Komm ich da noch irgendwie wieder hin? Bestimmt. Ah, siehste. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Da wollte er sich verschwindend den Bus machen. Was haben wir denn hier? Was bist du denn, ein Zwerg? Hallo, willkommen in der Drauf-Cave! Lol, ein Zwerg, wie cool ist das denn? Geil! Zwerge! Zwerge! What likes the mine? He went there today too. He is looking for some Silber. Geier has its own Will and feelings. It likes Silber. Strange, isn't it? Geier mag Silber, heißt also wohl, wir müssen etwas Silber besorgen, um da reinzukommen. Das kann ich mir vorstellen. At the star to the south. Aha, irgendwas kriegen wir im Süden. Was ist zum Öl? Willst du mich verarschen? Okay, heißt also, wir müssen nach Süden. Wow! Na klar, da hab ich auch noch getroffen. Die Sackerade! Du Rade! Nee, du Schwein! Ah, ja, oh, Alter! Wie soll man denn davor was prädikten, ey? Hallo, du Typie! Ah, hallo, oh, bye! Cureful Adorki Mertok Oil 500. Darf ich das nochmal kaufen? Ja, kauf ich nochmal. Nur zur Sicherheit! So, und jetzt? Muss ich jetzt wieder zurück zu den Typen, oder was? Könnte sein, oder? Hey, now, welcome to the Draft Cave! Ja, ist ja gut. Ich wollte gerade sagen, sprüge ihn nicht nochmal an. The Asher went to the west. The Gaia pass leads to the western land. Ja, das weiß ich doch. Da will ich jetzt hin. I used to play at the old mine with bots. Wanna use a trolley? You have to idol it. A trolley, ja, was ist das denn? Da ist mein Englisch leider nicht ausreichend für. Ich spreche einfach nochmal mit jedem Dwarf. What's like the mine? He went there to deadly to... He's looking for some silver. Gaia has his own will and feelings. It's like silver, strange. Wahrscheinlich muss ich jetzt irgendwie zu diesem Watz und der... Oh Gott, geh weg. Und der gibt mir dann irgendwie Silber. Und mit dem Silber komme ich dann durch das Gaia Maul zum Airship. Meine Theorie. Könnte sich auch als falsch erweisen. Wir gehen mal da lang. Können ja überall hin. So, hier waren wir jetzt aber. Toll gepäusent. Der Schweine. Komm her. Küchst du mal drauf? Ask. Ich kann jemanden asken. Magic kann ich aber machen. Cure Fire Heels. Was? Ich kann... Ich kann Fire? Warum sagt mir denn keiner, dass ich Feuer beherrsche?